hey ho meine lieben zu einem neuen wochenende video video wochenende video wochenende genau wir sind wieder in der pfalz bei den pfälzis und ja mit was fangen wir heute an freitagabend wir sind relativ spät angekommen defekte zündspule auf der autobahn muss ich morgen erst organisieren erzähle ich euch dann im nächsten video und ja was gibt es heute es gibt einen saumagen auf der feuerplatte rausgebrutzelt ja aber dazu wollt euch die torte doch selber was sagen und sogar hier hupen es rum da haben wir sie da hinten ob der manne was möchtest du zu dem saumagen noch sagen also dieser saumagen den haben wir jetzt beim metzger geholt der ist ihnen naturdarm und demnächst werden wir mal selbst einen herstellen tatsächlich im magen also wenn wir wieder hier sind dass man ein schönes video dazu machen kann natürlich sehr geil sehr geil ja dann wisst ihr bescheid heute freitags freitags video was wir heute machen eben dann bloß ein kurzes nebenbei und machen wir weiter so meine lieben bevor es jetzt ganz dunkel wird hier ist der sogenannte saumagen hier mit maronen noch gefüllt also die esskastanien das hat es vorher verraten ja ist halt der saumager ja dann hauen wir auf die feuerplatte oder auf die schritte plädt im grill und braten sie raus und hier wird felsi sauerkraut gemacht spatzel schauen probieren und gut na also manfred dann kommt ein einsatz glaube ich ja zack zack weg aus dem weg heute bist du dran das ist das dann genutmer noch nein kann auch wissen sehr wenig licht sehr wenig licht hier mit beleuchtung das ist schon mal praktisch ja und so kommen die scheibchen scheibchen jetzt da drauf und werden rausgebraten und nachher gegessen viel mehr ist das ja heute schon gar nicht in dem video ich bin ja aber gespannt wie das schmeckt hier noch ja zeitkrise oder wie sie das brot hier nennen aber leute für morgen habe ich mir auch schon was ausgedacht vielleicht machen wir auch noch mehr als was ich mir ausgedacht habe das sehen wir aber alles dann ja später wenn wir noch ein bisschen drüber quatschen aber das nächste video wird auch lecker ja ich hoffe man kann es jetzt noch so halbwegs erkennen bei dem licht ja und ich habe schon ein stück weg gemacht hier und werde jetzt das ganze einfach mal probieren dann wollen wir mal fangen wir gleich mit dem saumagen an er erinnert mich an irgendwie an leberkäse und doris schaut mich ganz böse an sauerkraut ist auch gut brötchen brötchen dann lassen wir uns das jetzt mal schmecken und später sehen wir uns noch schön zum fazit so sind wir jetzt alle zusammen ja er macht schon wieder fachsen der ist ja noch schlimmer als der alex finger weg das tut weh ja leute wir haben es wieder lustig zehn nach neun essen war lecker ja ja und doris hat er gesagt die machte mal eins wir machen noch einen selbst da sind wir mal gespannt ja ja essen war lecker mehr kann ich heute eigentlich dazu gar nicht sagen ganz leicht nach leberkäse hat geschmeckt fleischkäse leberkäse ja und ansonsten etwas würzig aber wenn man den dann selber machen da kann man ja dann genau abstimmen und so werden wir das auch mal machen ja das war es dann schon mit dem ersten video freitagabend und morgen machen wir was schönes oder lasst euch überraschen tschauikowski bis zum nächsten video